Moderne, verfüllte Kunstrasensysteme haben ausgezeichnete sportfunktionelle Eigenschaften. Das Einfüllen stellt aber besondere Anforderungen. Es kommt darauf an, dass sowohl die vorgeschriebenen Mengen an Sand als auch an Granulat exakt dosiert und gleichmäßig eingearbeitet werden. Die Sandmatik erfüllt diese Aufgabe effizient und damit wirtschaftlich. Gesteuert von einer Funkfernbedienung erreicht die extrem wendige Sandmatik mühelos und sicher ihren Einsatzort. Ihre kompakte Bauweise ermöglicht das Durchfahren von schmalen Zufahrten oder Touren. Zum Transport befindet sich, geschützt im Materialbehälter, die Bürsteneinheit. Mit wenigen Handgriffen ist die Maschine einsatzbereit. Das Montagewerkzeug gehört wie immer bei SMG zum Lieferumfang. Der robuste Dreizylinder-Kubota-Dieselmotor leistet 18 kW. Der leistungsfähige Zyklon-Luftfilter und die Hydraulikölkühlung ermöglichen den Dauereinsatz auch bei viel Staub und großer Hitze. Alle Funktionen sind von der Fernbedienung aus steuerbar. Mit einem Schieber lässt sich die Materialmenge präzise von 2,5 bis 40 kg pro Quadratmeter einstellen. Sie bleibt bei allen Fahrgeschwindigkeiten konstant. Die Arbeitsbreite der Sandmatik ist 1,5 Meter. Ihre maximale Geschwindigkeit beträgt 15 Meter pro Minute. Dies ergibt eine Arbeitsleistung von über 1300 Quadratmeter pro Stunde. Die einzelnen gelagerten Bürsten richten den Flur gleichmäßig auf. Gleichzeitig wird der Sand genau dosiert eingestreut. Dadurch wird der Flur des Kunstrasens so stabil, dass eine kontinuierliche Beschickung durch einen Lader auf dem Platz möglich ist. Die Bürsttiefe der nachfolgend oszillierenden Bürsteneinheit wird der Flurhöhe angepasst. Optional kann die Maschine mit einem Steg ausgerüstet werden. Nach Beendigung der Bahn wird die Maschine fernbedient zurückgefahren. Dabei oszillieren die Bürsten umgekehrt und richten damit den Flur auf, während der Arbeiter die Richtschnur für die nächste Bahn umsetzt. Ein wesentlicher Teil der Sandmatik-Philosophie ist die kontinuierliche Materialbeschickung. Dadurch erst sind die sehr hohen Quadratmeterleistungen möglich. Im optimalen Falle dauert das Nachfüllen 30 Sekunden. Der große Materialbehälter fasst 3,5 Kubikmeter bzw. 1,3 Tonnen. Die vier Zwillingsräder sind um 120 Grad drehbar. Das macht die Sandmatik besonders wendig und leicht manövrierbar. Integrierte Staplertaschen erleichtern den Transport der Maschine. Die Sandmatik B1505 R10 – die ultimative Befülltechnik für die besten Kunstrasenbeläge der Welt. Das macht die Sandmatik. Die Sandmatik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017